Den ersten Preis des Energy Efficiency Awards 2014 erhält die Aluminium-NORF GmbH für das Projekt Prozessoptimierung zur Reduktion des Energieverbrauchs in der Metallindustrie. Die Aluminium-NORF GmbH, auch Alu-NORF genannt mit Sitz in Neuss, betreibt nach eigenen Angaben das weltweit größte Aluminium-Walz- und Schmelzwerk. Hergestellt werden im Unternehmen Halbzeuge und Vorprodukte aus Aluminium- und Aluminiumlegierungen. Dies sind Vorprodukte beispielsweise für Lebensmittelverpackungen und Fahrzeugteile. Prämiert wird die Alu-NORF für das Projekt Errichtung innovativer, energieeffizienter Glühöfen mit computergesteuerter Prozessregelung und Schutzgasvorwärmung. Die walzwarmen Aluminiumbänder werden zur weiteren Verarbeitung direkt in die neuen Öfen gefahren, ohne wieder aufgeheizt werden zu müssen. Realisiert wurde ein Anlagenkonzept, das in dieser Form industriell noch nicht zur Anwendung kam. Im Kaltwalzwerk wurde erstmals der großtechnische Einsatz einer energieeffizienten Glühofenanlage realisiert. Die Anlage besteht aus fünf Öfen mit einem Steuerungskonzept zur Behandlung von kaltgewalztem Aluminiumband. Die Anlage regelt computergesteuert den genauen thermischen Zustand jedes Aluminiumbandes und ermöglicht den energetisch idealen Betrieb der Öfen. Durch die Prozessoptimierung konnte Alu-NORF den Energieverbrauch im Vergleich zur Altanlage um 45% reduzieren. So können jährlich rund 31 Millionen Kilowattstunden Energie und 8400 Tonnen CO2 eingespart werden. Den ersten Preis des Energy Efficiency Awards 2014 erhält die Aluminium-NORF GmbH.